Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin noch ein bisschen K.O. Ich hatte ja gestern Geburtstag am 11. Mai und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich hatte viele liebe Menschen um mich herum den ganzen Tag und es war super, super schön. Ich habe so viele liebe Glückwünsche über Facebook von euch bekommen und über Instagram. Das ist der helle Wahnsinn. Also erstmal möchte ich mich jetzt ganz schnell und ganz lieb bei euch bedanken. An all diejenigen, die an mich gedacht haben und mir Glückwünsche gesendet haben. Wie gesagt, sei es auf Facebook, auf Instagram. Ganz, ganz lieben Dank an euch alle da draußen. Ich habe mich mega, mega gefreut und ja, das soll halt ein dickes Dankeschön von meiner Seite jetzt sein. Und ja, ihr seid einfach spitze und ich weiß ich auch nicht. Ich habe mich super, super gefreut über eure Glückwünsche. Jetzt habe ich auch noch von den einen oder anderen ein Päckchen bekommen. Das hat sich so die letzte, seit letzter Woche so angesammelt hier bei mir. Auch in der Zuschauerpost ist, glaube ich, Geburtstagspost speziell. Und jetzt habe ich hier das erste Päckchen. Und es sind, ich weiß es nicht, sieben, acht Pakete. Und ich weiß, dass die Menschen, die mir das geschickt haben, dass die sich sehr, sehr freuen, wenn ich ein Video darüber drehe. Quasi ein Unboxing meiner Geburtstagspäckchen. Und ja, ich hoffe natürlich auf euer Verständnis und ich hoffe einfach, dass ihr genauso gerne solche Videos schaut wie ich. Oft sind ja auch tolle Anregungen dabei, vielleicht, wenn man noch ein Geschenk für jemanden sucht. Und ja, ich hoffe einfach auf euer Verständnis. Wer solche Videos nicht gerne schaut, der muss dann einen Moment warten. Einen Moment, ich denke mal, ja, ich denke, jetzt kommen erst mal so hintereinander weg diese Unboxings meiner Geburtstagspäckchen, meiner Geburtstagspost, weil ich weiß, dass die Menschen, die mir das geschickt haben, sich mega freuen würden, wenn ich ein Video da einfach drüber drehe. Und deshalb seid mir nicht böse. Falls der eine oder andere sowas nicht mag, dann hoffe ich, dass ihr mir trotzdem treu bleibt. Und wenn das alles vorüber ist und ich alles ausgepackt habe, dann kommen natürlich auch wieder andere Videos. Genau. Und ja, aber ich hoffe einfach mal, dass viele unter meinen Zuschauern gerne auch solche Videos schauen. Ich will damit auch nicht angeben oder so. Und ich denke, das wissen die meisten auch. So bin ich einfach nicht. Ich freue mich sehr, dass so liebe Menschen an mich gedacht haben und mir auch was zugeschickt haben, was sie natürlich nicht hätten tun sollen. Ja, aber gut, ich schenke ja selber auch von Herzen gerne und mache gerne anderen eine Freude. Und diese Menschen, ja, machen das anscheinend auch. Und ich möchte euch halt einfach mitnehmen und daran teilhaben lassen. Und ich fange heute an mit einem Päckchen aus Belgien. Ich habe schon mal von der lieben Person, ich denke, ich darf den Vornamen sagen, von der lieben Ute Post bekommen. Und jetzt hat sie es sich nicht nehmen lassen und hat mir was zum Geburtstag geschickt. Ich habe das jetzt schon mal geöffnet. Und ja, es lachen mich schon ein paar schöne Sachen an. Und als erstes liegt hier oben auf dem Päckchen eine Karte. Eine sehr, sehr schöne Karte. Ganz oben steht drauf, du bist wunderbar. Total süß. Ja, das Päckchen kommt aus Belgien. Und ich darf auch vorlesen. Ich lese mal vor. Ich glaube, die Freude wird riesengroß. Ich sehe nämlich schon ein paar tolle Sachen. Viel zu viel. Du bist einfach so wunderbar. Dies ist also deine zweite Post aus Belgien. Alles Liebe, dicker Kuss, fühl dich umarmt, Ute. Total lieb. Ich danke dir für deine lieben Worte. Ja, und hier steht dann auch noch drauf, Du bist wunderbar, einzigartig, traumhaft, originell, unverwechselbar, einmalig spitze, toll, schön, simpel, the best, super, phänomenal und so weiter. Und ganz unten steht einfach ganz besonders. Ganz, ganz lieben Dank. Das ist eine ganz tolle Karte. Und hier klebt, seht mal, hier ist so, hat die Ute was dran gehangen. Da muss ich natürlich reingucken. Ich hoffe, ich kriege dieses kleine, süße Geschenkchen geöffnet. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Vielleicht packe ich auch zwei Unboxings in ein Video. Kann sein, dass ihr jetzt dieses Päckchen seht und dann noch eins. Ich muss mal schauen. Ja. Und jetzt habe ich es. Was ist es denn? Was ist es denn? Oh. Ah. Das ist ja toll. Ach, wie schön. Ja, schaut mal. Die liebe Ute hatte, das sind so zwei Druckknöpfe. Ups. Die sehen so aus. Mit so einem schönen Stein, wie so eine Blume. Und hinten hat man diese Druckknöpfe. Und die liebe Ute hatte mir in der ersten Post schon so, das waren doch so Ohrringe. Und da kann man diese kleinen Knöpfe auswechseln. Es gibt ja auch so Armbänder, wo man diese Knöpfe auswechseln kann. Und die sind wunderschön. Da freue ich mich sehr. Und da werde ich gleich mal gucken, dass ich die Ohrringe finde. Ich weiß gar nicht, ob sie an meinem Ohrringständer hängen. Ich muss mal gucken. Ich habe mehrere Ecken, wo ich meinen Schmuck quasi drin aufbewahre. Aber die finde ich total süß. Ja. Die werde ich bald. Vielleicht hole ich sie gleich, wenn ich sie finde. Also vielen lieben Dank. Die gefallen mir richtig, richtig gut, Ute. Boah. Und jetzt fange ich mal an. Ich ziehe jetzt mal hier raus als erstes. Ute, du bist verrückt. Von Montagne Jeunesse hat sie mir hier zwei Masken reingepackt. Ja, die liebe Ute ist auch eine treue und schon längere Zuschauerin von meinen Videos. Und weiß, dass ich diese Montagne Jeunesse Masken liebe. Das ist die mit roter Tonerde. Und die ist einfach, die habe ich glaube ich in einem Abschminktalk oder in meiner Maskenvernichtungsprojekt-Video schon mal gezogen, glaube ich. Die war toll, die war richtig toll. Und die hier ist auch spitze. Also die ist so erfrischend mit Salz auf dem Toten Meer. Ja, ich liebe diese Masken. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Ach, und es geht weiter mit Masken. Merz Spezial. Spa Deluxe Entspannungsmaske. Perle und Hyaluron. Ja, die hatte ich schon mal. Oder ich habe sie noch in meiner Sammlung. Merz Spezialmasken finde ich speziell auch sehr gut. Und hier steht drauf, schenkt spürbare Erholung. Kann man immer gut verbrauchen. Kommt in meine Sammlung und wer weiß, vielleicht ziehe ich dann eine deiner Masken, liebe Ute. Dann hat sie mir ein Pröbchen draufgelegt von Clinique. Ah, Super Defense mit Lichtschutzfaktor 20. Das ist klasse. Also von Clinique habe ich schon viel hier in Videos gehört und gesehen. Und ist eine ganz gute Marke. Freue ich mich, dass ich die jetzt ausprobieren darf. Vielleicht hole ich mir dann. Wenn die jetzt super ist, wer weiß. Vielleicht hole ich mir irgendwann dann mal das Original. Also vielen Dank. Und dann hat sie mir auch, wie toll, aus Müller von Terra Naturi. Das ist diese Naturkosmetikmarke von Müller. Zwei Masken. Einmal die Pre-Age-Feuchtigkeitsmaske für die Haut ab 30. Ja, doch bin ich ja in dem 30er Bereich. Achso, wer es wissen möchte, ich bin 39 Jahre jung geworden. Ja, tatsächlich. Ich kann es selber kaum glauben. Die ist sogar vegan. Und die kenne ich nicht. Sensitiv. Eine beruhigende Maske mit Mandelkamelle für sensible Haut. Oh, da freue ich mich sehr. Ja, extra für sensible Haut. Klasse. Finde ich auch. Ist eine tolle Naturkosmetikmarke. Dann habe ich hier noch ein Pröbchen von Estee Lauder. Die Revitalizing Supreme Anti-Aging Creme. Freue ich mich auch drauf. Ich habe so viele Proben. Irgendwann kommen eure Proben dran. Und auch deine, liebe Ute. Und einen Kaffee habe ich mir natürlich auch gemacht. Den brauche ich auch. Ich bin ziemlich platt. Also gestern war nonstop hatte ich Besuch von morgens, angefangen vom Frühstück, über Kaffee trinken und Abendessen. Ich war hinterfix und alles. War ein super schöner Tag, aber ich merke das jetzt auch noch. Aber jetzt war ich einfach neugierig und dachte mir, ich starte jetzt. Ach wie schön. Guckt mal. Das ist so ein Bräckchen hier. So ein Frühstücksbrettchen mit Happy Birthday. Ach ist das toll. So ein Bräckchen habe ich nämlich noch nicht. Nein. Ich habe zwar so ein paar, aber mit Happy Birthday habe ich noch nichts. Und guckt mal, hier sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kerzen drauf. Tolle Idee. Vielen, vielen lieben Dank. Finde ich richtig schön. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann hat sie mir hier, oh das ist wohl rausgefallen. Eine Parfümprobe von Goulon. Insolence. Das kenne ich jetzt gar nicht. Und das ist ein Eau de Toilette. Und ich finde diese Proben so toll, wo man nur drückt. Ich habe jetzt zwar schon ein Parfüm drauf, ich sprühe mir mal. Ich bin ja neugierig. Da ist es. Oh ja. Das riecht floral, aber auch sehr intensiv. So ein bisschen nach Blümchen. Ich würde sagen, ich würde das schlichtweg beschreiben als ein traumhaft verträumter Duft. Riecht richtig gut. Und kommt in meine Parfüm-Probensammlung. Ja, mittlerweile habe ich da auch so ein paar. Mag ich aber. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Toller Duft. Dann haben wir, oh von Be Natural. Mit Mango. Das ist so ein Lippenpflegestift. Da habe ich glaube ich einen von, aber mit Mango noch nicht. Oh, der wird bestimmt toll sein. Das ist ja auch 100% Natur mit Bienenwachs und so. Ich lasse den, obwohl ich kann ja mal dran schnuppern. Ich habe so viele Lippenpflegestifte. Aber ich habe letztens wieder aussortiert. Und jetzt muss ich dran schnuppern. Oh ja. Der riecht lecker nach Mandeln. Äh, äh, nach Mango. Nach Mandeln. Nach Mango. Oh ja. Das ist so ein farbloser. Aber die sind sehr, sehr pflegend. Also ich mag die Birds Bees. Äh, die Bienen. Was ist denn los? Ja, ich sag euch ja. Ich bin noch nicht ganz fit. Die Bienenational Lippenpflegestifte finde ich klasse. So. Dann haben wir, was nehme ich jetzt? Was für die gute Linie für die Figur von Lind. Wahnsinn. Toll. Alles Gute steht da drauf. Ah, lauter Leckereien. Leckere Pralinen. Oh ja. Mit Vollmilch, mit Mandeln. Freue ich mich auch sehr drüber. Ja, ich esse leider gerne Süßes. Ich gestehe. Ja. Und, ähm, werde ich vielleicht heute Abend probieren. Vielen Dank. Dann habe ich hier noch was ganz Tolles. Och, der ist ja. Den, den habe ich noch nicht. Von, ich liebe ja Jogi-Tee. Und die Ute, die liebe, die hat mir den Glückstee eingepackt. Ich finde das so schön, weil den Jogi-Tees steht auf jedem Fähnchen ein Spruch immer drauf. Und hier sind 17 Teebeutel drin. Das ist mit Zimthopfen und Orangenschalen. Ein bisschen was rieche ich. Wird bald ausprobiert. Ich liebe diese Jogi-Tees. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Mann, so viel. Viel zu viel, Ute. Viel zu viel. Dann haben wir hier, ach wie schön, ein Schlüsselband. Schaut mal. Ein Schlüsselband mit meinem Namen. Oh, das ist toll. So was habe ich auch noch nicht. Ich habe so ein Schlüsselband noch gar nicht. Och, das ist ja toll. Schaut euch das mal an. Schön in orange gehalten mit Blümchen und dann mit meinem Namen als Schriftzug. Ich glaube, da könnte ich auch mal ein paar Schlüssel dran hängen. Finde ich richtig toll. Freue ich mich sehr drüber. Und das kann man dann hier auch abmachen, oder? Ja, dann kann man das hier abmachen. Wenn einem das Band zu lang ist, finde ich auch prima. Dann hat man die kurze Version. Ganz, ganz lieben Dank. Tolle Idee. Ja, Nadine. Prima. Was haben wir jetzt? Jetzt habe ich hier, ein paar Sachen sind eingepackt. Jetzt habe ich hier so ein kleines Päckchen, so ein flaches, ziemlich fest. Das Geschenkpapier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Oh Mann, Wahnsinn. Das haben wir von Catrice. Oh ja, den habe ich noch nicht. Wahnsinn. Ich habe ja so viele Lidschatten, auch von Catrice. Aber schaut mal, der ist so gesprenkelt und hat so einen Lavendelton. Das ist die 900 Lila Bamba. Lila Bamba. Also Catrice hat immer tolle Namen, finde ich. Schaut mal. Und jetzt gehe ich da mal rein. Fühlt sich sehr angenehm an. Oh ja. Oh ja, schaut mal. Ich würde sagen, der hat einen ganz, ganz tollen Glanz. Wahnsinn. Wahnsinn. Der kommt in meine Sammlung. Die Ute weiß ja auch, ich liebe Monolidschatten und mache ja gerne meine Lidschatten-Lottos mit meinen Monolidschatten. Und der kommt zu der Sammlung. Ich habe vergessen, mir einen Lappen hier hinzulegen. Naja, noch geht es ja. Mal schauen. Ach, wie süß. Was ist das denn? Ein Lolli. In meiner Lieblingsfarbe. Aber ich glaube, den kann man nicht essen. Oder? Das ist ja niedlich. Schaut mal. Das sind so... Moment. Äh, es könnte sein, dass das... Sind das Haargummis alle? Komm, das mache ich jetzt mal. Ja, aber es ist zu schade, oder? Das sind Haar... Das müssen Haarbänder sein. Schaut mal. Und das lasse ich noch so, Ute, ja? Also, hundertprozentig. Ich bin mir sicher, dass das Haarbänder sind. Aber ich möchte das jetzt noch nicht so auseinandernehmen. Ich werde mir das, glaube ich, irgendwo als Dekoration hinstellen, weil ich das so süß finde. Ähm... Ja, und wenn ich jetzt demnächst mal Haarbänder brauche, weiß ich ja, die hängen an meinem Lolli. Tolle Idee. Wahnsinn. Schöne Sachen gibt es bei euch in Belgien. Vielen, vielen lieben Dank. Och, und jetzt... Och, wie süß. Jetzt hat sie mir in so einem schönen, fliederfarbenen Säckchen so zwei Herzen reingepackt. Und ich würde mal vermuten, dass das Badeherzen sind. Oh, die riechen aber lecker. Da ist irgendwas drin. Ich hole mal eins raus. Das riecht so ein bisschen nach frisch gemähter Wiese. Ich kann mir nicht helfen. Schaut mal. Seht ihr das? Da ist irgendwas Getrocknetes drin. Oder freue ich mich? Ich hatte schon mal so Badeherzen. Ich glaube, das war von Balea. Die fand ich gut. Ja, da hatte man so einen Ölfilm in der Badewanne und die Haut war richtig gepflegt danach. Vielen, vielen lieben Dank. Was ist das? Ich greife mal einfach rein. Oh, von... Wie spricht man das aus? Die liebe Ute kann sehr gut Französisch. Ich kann ja noch nicht mal Englisch gut. Bourgeois aus Paris. Schaut mal, so ein Döschen. Ja. Was Französisches. Die Nummer 13. Das ist auch noch meine Glückszahl. Weil an einem Freitag, den 13. Da habe ich meinen Schatz kennengelernt. Das war 1994. So, jetzt muss ich... Hier hat sie... Was steht denn da drauf? Ombre Poupiré Eyeshadow. Mineral Pigment. Oh, okay. Ach, die Dose ist so süß. Die hat so einen schönen Glitzer. Moment, ich mache mal eben den Kleber ab hier. Und da ist so ein Knopf. Ob ich da wohl drücken muss? Äh. Moment. So. Schaut mal. Ich zeige euch das mal. So. Hier ist so ein Knöpfchen. Ähm. Oh, wie schön. Huch. Guckt der Pinsel schon raus. Ach, ist das toll. Da war einmal so ein Papier obendrauf. Alles auf Französisch, glaube ich. Okay. Und dann so ein süßer Pinsel. Den muss ich euch zeigen. So ein Applikator. Und. Dann hat dieser tolle gebackene Lidschatten. Oder Mineral Lidschatten. Einen Spiegel. Und dann seht ihr hier das wunderschöne... Ja, dieser wunderschöne Eyeshadow. Ich glaube, der hat ordentlich Glitzer drin. Boah. Ja, der knallt. Oh, das ist so ein schönes... So eine Taube-Farbe, oder? Schaut mal. Seht ihr diese... Ich hoffe, man kann diese Glitzerpartikel erkennen. Wunder, wunderschön. Genau mein Beuteschema. Und auch so die Aufmachung mit dem Applikator. Schaut mal. Klasse. Freue ich mich sehr. Ist, glaube ich, mein erster Lidschatten. Ähm. Von Bourjois. Bourjois. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und wisst ihr was? Ich hole mir mal eben einen Lappel. So. Ich habe mir mal hier ein Päckchen Tempos geholt. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt... Passt auch gut. Will gut heute zu meiner Bluse passen. Wunderschön. Viel zu viel, Mann. Oh Gott. Was ist das? Ein Tütchen. Mit einem Herzchen drauf. Oh nein. Bist du denn verrückt? Oh. Du bist ja ein Schatz. Schaut mal. Ich kann... Sie war bei Lush. Und ich liebe ja Lush. Besonders für meine Haare verwende ich ja im Moment nur Lush Produkte. Und bin da sehr, sehr zu viel mit. Gut, zwischendurch verwende ich dann auch von andere Sachen mal. Aber das Rehab Shampoo. Das ist klasse. Das ist so toll. Das riecht so kräuterig. Und ich lasse das mal zu. Ich habe es euch, glaube ich, auch in einem Lush Haarfavoriten Video schon beschrieben. Das ist super für die Kopfhaut. Das entspannt. Man fühlt das richtig. Und man braucht von diesem Rehab Shampoo nur ganz wenig. Das schäumt wie Hulle. Und ich liebe den Duft. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Weil ich hatte von dem Rehab kein Backup. Ja. Und dann hat sie mir... Den liebe ich auch. Den Veganese Haar Conditioner. Den habe ich mir schon zweimal nachgekauft. Und das ist ein Haar Conditioner. Da ist das das Gleiche. Der riecht auch so. Hier sind nämlich Alben drin. Und Kräuter. Der riecht auch so schön kräuterig. Und ich benutze Rehab mit Veganese unheimlich gerne in Kombination. Und vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann. Ist einfach klasse. Ja. Die kommen jetzt aber erstmal wieder hier rein. Weil jetzt verbrauche ich erstmal die offenen Sachen. Und sowas ist aber auch toll, wenn ich mal vielleicht irgendwo jemanden besuche. Für ein paar Tage oder so. Zum mitnehmen. Ist das klasse. Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Jetzt habe ich... Oh. Eine Kerze. In meiner Lieblingsfarbe. Schaut mal. Ist das nicht süß? Toll. Ähm. Oh. Burning 12 hours. Also zwölf Stunden brennt diese kleine Kerze. Und ich glaube hier ist Lavendel drauf. Ich mache die mal offen. Ich will dran schnuppern. Ich liebe Lavendelduft. So. Ich habe die Kappe abgemacht. Oh ja. Davon ein Parfüm bitte. Ganz, ganz toll. Riecht sehr angenehm und natürlich nach Lavendel. Ja. Die werde ich irgendwann mal hier... Ich habe hier gerne Kerzen an. Die wirst du irgendwann im Video-Hintergrund sehen, liebe Ute. Ganz, ganz toll. Dankeschön. Und ich glaube, ich habe hier noch ein Lush-Produkt. Oh mein Gott. Phönix Rising. Sanft sprudelnde Badebombe, die wie der Phönix aus der Asche langsam emporsteigt. Fühl dich wie neu geboren mit dieser Zimtbombe voll pflegender Öle. In die gefüllte Wanne geben und entspannen. Wahnsinn. Jetzt muss ich... Also ich hatte schon mal Badekugeln. Ich habe auch von meinen Eltern gestern eine von Lush bekommen. Das ist eine... Irgendwas mit Blümchen. So eine grüne. Aber das hier ist, glaube ich, was anderes, ja. Phönix Rising. Kenn ich nicht. Jetzt wird dran geschnüffelt. Ich wade ja unab... Oh. Wieder in meiner Lieblingsfarbe. Ja, Ute. Oh ja. Boah. Schaut mal. Das ist ja der Hammer. Hier ist so ein Gold. Diese Kugel, die ist voll mit Goldglitzer. Und... Boah. Ich würde... Also wirklich. Das riecht so lecker nach Zimt, aber nicht weihnachtlich. Hier ist noch was anderes drin. Was ist denn hier noch drin? Oh, das ist so klein. Früchte. Bergamotte. Cinnamon. Shea Butter. Limone. Zitronenöl. Wahnsinn. Oh, das riecht Hammer. Und das... Das werde ich mir aufheben für etwas ganz Besonderes. Richtig toll. Ich freue mich riesig. Ich bade ja so gerne. Das Problem ist, ja, wenn ich da mit gebadet habe, ist sie weg, ne? Aber irgendwann muss ich dran glauben. Weil die haben ja auch einen Ablauf, Mindestkeits... Wie lange ist die denn halt, war? Oh, okay. Bis nächstes Jahr, Juni 2016. Ich muss mal gucken. Ich werde dich wissen lassen. Ich werde die Verpackung aufbewahren und in einem Aufgebraucht-Video werde ich dann davon erzählen. Wahnsinn, so tolle Sachen. Vielen, vielen lieben Dank. So schöne Sachen. Oh Mann. Dann habe ich hier noch was Eingepacktes. Wieder so etwas größer, eckig. Mal mein Messerchen zur Hilfe nehmen. So. Vielleicht was zum Schminken. Könnte sein. Ich glaube, ja. Ich freue mich. Da habe ich jetzt zwei, dreimal vorgestanden. Wahnsinn. Von P2 aus dieser Couture Spirit LE. Das ist dieser Eyeshadow. Den kann man nass und feucht auftragen. Und zwar die 030 Melting Pot. Ich habe da so oft jetzt vorgestanden, auch in meiner Lieblingsfarbe, mit so ein bisschen orange-gelb, marmoriert. Ah, der sieht klasse aus, oder? Ja. Ich mache mal einen Swatch. Und dann sieht man, hoffe ich jetzt mal, ein wunderschönes Lila. Und dann halt mit diesem Gelb-Gold durchzogen. Und wenn man das dann, denke ich mal, so finde ich das schon eine ganz, ganz tolle Farbe. Weil die hat nicht so einen speckigen Glanz. Die hat so einen ganz dezenten Gold-Glitzer-Schimmer. Und werde ich bestimmt bald tragen. Ja. Wirklich, ich hätte mir fast mitgenommen. Aber ich habe mir gedacht, nein Nadine. Weil meine Schwester hatte mich auch schon gefragt, was mir so gefällt. Von der habe ich auch was. Aus der LE nicht. Meine Schwester hat mir geschenkt, von der P2 Sommer LE, ein Blush und ein Nagellack und dieses Körperöl. Ja. Deshalb habe ich extra jetzt mich am Riemen gerissen, was LEs angeht. Als nächstes, was mit einer fetten Rose. Von Senzena Naturkosmetik. Aroma-Badekissen. Zauber der Rose. Zarter Rosenduft, besänftigt und harmonisiert mit kostbaren Essenzen und Blüten der Rose sowie pflegendem Macadamia-Nussöl. Das ist ja was Tolles. Aroma-Badekissen. Aroma-Badekissen. Habe ich ja noch nie gesehen. Aber Rosenduft, ich liebe Rosenduft. Sich einfach mal fühlen wie eine Prinzessin. Das Aroma-Badekissen, Zauber der Rose, ermöglicht Ihnen ein Bad im Dornröschenschloss. Das Zusammenspiel von Rosenblüten und Ringelblume sorgt für ein märchenhaftes Verwöhnprogramm. Elfen gleich pflegen Macadamia-Nussöl und Karta-Nussöl ihren Tömm. Ey, das ist ja was ganz, ganz Tolles. Werde ich ausprobieren und vom Berichten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sieht das denn aus. Ah, das ist so eingepackt. Schaut mal. Hier ist anscheinend dieses Kissen drin. Ich rieche noch nichts. Also da muss ich mich durchlesen. Okay. Man soll wohl damit sich die Haut so einmassieren. Das lese ich mir mal in Ruhe durch, liebe Ute. Und werde ich dir berichten. Das ist was, was ich gar nicht kenne. Habe ich noch nie gehabt. Und Dankeschön. Mann, so tolle Sachen. Ich werde nicht mehr... Was nehmen wir jetzt? Jetzt habe ich... Oh, was eine tolle Farbe. Glam-Up aus Paris. Das ist ein Nagellack. Ein Blau-Mint. So. Ja, der geht schon mehr ins Blau. Ah, tolle Farbe jetzt für den Sommer auch. Die Nummer 139. Die Marke sagt mir nichts, aber wird bestimmt bald lackiert. Vielen, vielen lieben Dank. Dann habe ich hier... Oh, wieder von Bourjois. Hier, Eiffelturm aus Frankreich. Eine Dusche. Total süß. Die hat hier so einen Nöppel. Guckt mal. Beautifi-Me. Ein Velvet Shower-Cream. Lily Flower. Parabenfrei. Okay, da muss jetzt der Rüssel rangehalten werden. Ihr kennt mich ja. Es muss überall dran geschnüffelt werden. Aber ich finde das so süß hier mit dem... Mit dieser goldenen Kugel. Ist auch was für Prinzessin, ne? So, jetzt muss aber... Oh ja. Oh, das riecht süß. Aber nicht so übertrieben süß. Ich weiß jetzt nicht, was drin ist, oder? Steht da was? Doch, hier steht was auf Deutsch. Verwöhnere. Äh, verwöhnere. Nadine. Verschönere mich. Samtige Duschcreme. Pudriger Duft. Lilienblüte. Mhm. Ja, der Duft ist wirklich so sauber, so fein. Pudrig. Oh ja. Wird bald schon mit geduscht. Vielleicht morgen. Ja. Im Moment wechsle ich mich ja fast jeden Tag, wenn ich dusche, nehme ich mir immer eine andere aus dem Vorrat. So dauert es wahrscheinlich jetzt, bis ich eine Dusche leer bekomme. Aber gut. Ich brauche einfach diese Abwechslung. In gewissen Produkten brauche ich das. Und das wird natürlich morgen früh ausprobiert. Gefällt mir sehr, sehr gut vom Duft schon mal. Oh, ein Buch. Das macht den Menschen glücklich. Heinrich Heine über die Liebe und das Leben. Schaut mal. Richtig schön eingebunden hier. Mit diesen Ornamenten. Oh, ist das toll. Ich gucke mal. Ah, dann sind hier so... Oh, jetzt regnet's. Wir haben heute... Wir haben jetzt mittlerweile... Was haben wir denn? Drei Uhr? Nee, halb vier. Halb vier. Und wir haben den ganzen Tag schon so drückende, richtig stickige Luft. Und die haben auch Gewitter gemeldet. Es war die ganze Zeit trocken. Jetzt regnet's leider. Naja, gut. Also hier stehen ganz, ganz tolle Texte drin. Und das werde ich mir in Ruhe durchlesen. Vielen Dank. Finde ich toll, sowas. So kleine Bücher. So, das nächste. Das ist aber, äh, auch eckig. So ähnlich wie dieser Lidschatten. Ja, in dieser P2 Couture, da gab's zwei tolle Blushes. Ich hätte mir am liebsten, ähm, beide mitgenommen. Aber ich dachte mir, nein, Nadine, du hast bald Geburtstag. Hinterher schenkt dir jemand sowas. Und dann stehst du da. Und dann hast du doch... Oh ja. Ach, du bist verrückt. Schön. Hier ist er. Schaut. Kann man das lesen? Also, ne, die Aufmachung fast gleich. Wunderschön. Ein Blush. Und die 010 Soulfulness. Das marmorierte, gebackene Rouge legt sich wie ein leuchtender Schimmer auf die Wangenknochen und sorgt dabei für einen intensiv strahlenden und frischen Look. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Ja, guckt mal. Das ist so ein Pinkton mit etwas, mit so marmorierten, also so Adern. Boah. Das ist wirklich ein leuchtendes Pink. Ja, mehr so, ich würde sagen, so Apriko. Pink, Apriko, Orange. Schaut mal. Oh, ist der schön. Da ist, glaube ich, kein grober... Ne, da ist kein grober Glitzer drin. Seht ihr? Aber der leuchtet so schön. So golden. Ich freue mich. Ich danke dir. Wahnsinn. Aber ich sage mal so, von so tollen Produkten, wenn ich jetzt auch mal... Das kann ja passieren, wenn ich die anderen Päckchen auspacke, dass ich was doppelt habe oder so. Ich liebe Backups. Mehr sage ich dazu nicht. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt habe ich hier noch so... Oh, die sind aber schwer. Zwei verpackte Teile. Ach, wie schön. Hm, von der Form würde ich jetzt drauf tippen. Vielleicht, was... Teemann... Seht ihr? Das ist ein Nagellack. Und ich glaube, die 414 Sherry Sherry Bang Bang. Ich glaube, das ist ein Sally Hansen Nagellack. Mensch, die sind doch so teuer. Ich finde Sally Hansen... Wir haben ja auch im DM jetzt einen Aufsteller. Sally Hansen, klasse Nagellacke. Und ich sehe schon. Den habe ich nicht. Nein, ist der schön. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, welchen ich mir als nächstes lackieren soll. Obwohl, guck mal, die passen auch gut zusammen, wa? Den hier vielleicht auf dem Ringfinger und den auf die anderen. Oh, Wahnsinn. Sherry Sherry Bang Bang. Ja, der macht wirklich Bang. Wahnsinn. Es ist so ein... Mh, bäriger... Wird auch gut zur Bluse passen heute. Ja, hi. Naja, ich habe heute Abend Chorprobe. Aber ich glaube, ich schaffe es zeitig nicht mehr, umzulackieren. Aber der kommt, glaube ich, morgen drauf. Der ist ja klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und jetzt haben wir hier noch so eine schöne Röhre. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was es ist. Wahnsinn. Ich werde nicht mehr. Von dieser tollen Paris-Marke Bourjois. Ein Healcy Mix Serum. Boah. Eine Foundation. 16 Stunden. Ähm, Vitamin. Irgendwas. Schaut euch das an. Oh, ich habe von dieser, dieses Foundation von der Marke schon viel, viel gehört. Also haben viele schon in Videos gelobt. Und jetzt habe ich davon Make-up. Das ist die Farbe 53 Light Beige. Hypoallergen. Steht hier was auf Deutsch? Make-up Gel. Gegen Ermüdungserscheinungen mit sofortigen Frische-Effekt für 16 Stunden. Boah, ist das toll. Und dann im Pumpspender. Ich mache mal einen kleinen Swatch. Oh, ich freue mich riesig. Ich danke dir. Wirklich, dieses Bourjois Healcy. Also so, von der Marke habe ich schon viele, ähm, schon viele geschwärmt. Schaut mal. Das ist dann hier die Konsistenz. Das ist eine Gel Foundation. Ja, sie fühlt sich so ein bisschen gelig, cremig an. Oh, toll. Also, das sehe ich schon. Das ist so ein bisschen so leicht, obwohl das täuscht. So ein bisschen, ja, ist halt beige, ne? Aber, riecht sehr, sehr angenehm, fruchtig irgendwie. Oh, jetzt geht es aber zur Sache draußen. Naja, Hauptsache kein Gewitter. Fühlt sich toll an. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich morgen die schon ausprobieren werde. Hört ihr das? Ach, du ahnst es nicht. Wolkenbruch. Das sind ja fette Tropfen. Zurück zur Foundation. Ich bin gerade super, super happy, weil wirklich, das ist ein Produkt. Ja, das wollte ich immer schon mal testen von der Marke Hals und Foundation, ne? Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt. Was haben wir? Ach, hier habe ich. Guck mal, von Rivalde Lubian. Nagelhaut, er weicher Stift mit Vitamin A und E. Den habe ich auch noch nicht. So ein kleinerer finde ich toll. Weil, hier habt ihr dann so eine Miene und, ja, ich denke mal, dann einfach über die, ich habe jetzt nicht so dolle Probleme mit Nagelhaut, aber manchmal ein bisschen. Besonders irgendwie ist das bei mir immer bei dem kleinen Finger. Und das werde ich ausprobieren. Ja, dann geht man darüber über die Nagelhaut. Einfach auf die Nagelhaut auftragen, erleichtert das Zurückschieben und entfernen dann überstehender Nagelhaut. Toll. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, jetzt habe ich hier noch so was Großes. Och, was ist das denn? Party. Schaut mal, ein Party-Lampion. In grün. Och, wie schön. Ich hatte mal einen in lila, aber der war irgendwie kaputt. Also, den hatte ich einmal kurz hängen und dann war der hinüber. Aber was ich so toll finde, hier ist so eine LED-Lampe. Oh, ist das toll. Party, Festbeleuchtung. Ja. Hm, also ich habe so eine Lampe auch schon mal hier in der Küche hängen gehabt. Wird ausprobiert. Wird ausprobiert. Entweder braucht die Strom. Also, nee, die geht über Batterie, wa? Ja, zweimal A-A-A-A. Wird ausprobiert. Tolle Idee. Da kann die nächste Party ja kommen, ne? Dankeschön. So, und jetzt das letzte. Was ist das? Hair Accessoires. Schaut mal. Ähm. 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 Ah, das ist so eine, schaut mal, so eine Box. Ach, da kann ich mir so eine Box zusammenbauen. Das ist ja cool. Moment. Vielleicht kriege ich das ja hin. Wahnsinn. Du hast so tolle Ideen, du hast so tolle Ideen, bin hin und weg. Aber du weißt viel zu viel, ne? Diese tolle Karte hätte schon gereicht. Ich freue mich doch einfach über eure lieben Worte, das wisst ihr doch. Boah, mir ist richtig warm jetzt. Oh, wie schön. Aha, okay. Das ist toll. Das ist so, so, so durchsichtiges, also nicht durchsichtig, aber ihr seht so milchiges, ähm, Kunststoff. Das ist der Deckel. Und jetzt muss ich mal gucken. Und hier haben wir den Rest. Ob ich das jetzt zusammengebaut kriege, ich versuche es. Das, ähm, hier sind überall so Druckknöpfe an den Seiten. Ich versuche es mal eben, ja? So, ich habe es geschafft. Ich bin ja nicht so begabt, was das angeht, aber das war so leicht. Man brauchte einfach nur diese Druckknöpfe ineinander knöpfen. Und guckt mal. Also die ist toll. Da freue ich mich. Weil, du wirst lachen, liebe Ute. Ich habe letztens, ich habe im Badezimmer, da wo meine Haarbürsten, da habe ich so eine Kosmetiktasche. Und da habe ich alle Haarbänder, alles durcheinander drin gehabt. Und das kommt mir wie gerufen. Ähm, da werden, ich denke mal, auch ein paar Haarbänder reinkommen. Ja, so kleine Sachen halt. So kleine Spangen und sowas. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wahnsinn. Jetzt ist es. Ja, ich bin volle Socken, mal wieder. Und, ähm, so viele tolle Sachen. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist immer wieder erschreckend, wie gut ihr mich doch kennt schon. Und das nur durch meine Videos. Und wirklich. Also ich bin hin und weg. Du hast mit allen deiner Sachen voll ins Schwarze getroffen. Und ich freue mich riesig. Besonders auch über diese Foundation. Ach, über alles einfach. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video geworden ist. Ähm, ich denke mal, ich werde dieses Video, ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich für jedes Paket ein eigenes Video hochlade. Und wenn dann ein Video nicht so lang wird, aber so, ist das, glaube ich, angenehmer. Und, ähm, ja, ich werde dann einfach so Stück für Stück die Videos jetzt hochladen und fange mit diesem hier an. Und ihr seht dann, schreibe ich irgendwo Hashtag 2 oder Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Und, ähm, ich räume jetzt erstmal hier auf und freue mich einfach über all die Sachen. Und, ähm, ja, liebe Ute, fühle dich ganz, ganz lieb gedrückt von mir. Ja, ganz liebe Grüße hier aus dem Sauerland zu dir nach Belgien. Ich hoffe, es geht dir gut und, ähm, ich freue mich so dermaßen über die Sachen, ja, ich weiß auch nicht, bin volle Socken, ja. Und, ja, ich schicke den Küsschen rüber. Und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und, ähm, ja, vielleicht, das würde mich mal interessieren. Hat jemand von euch, von Bourjois, dieses Hilsey Mix Serum? Dann lasst es mich wissen. Vielleicht habt ihr das Produkt schon mal besessen oder besitzt es und seid begeistert. Und ich bin so gespannt hier drauf. Ja. Ähm, ich freue mich über jegliches Feedback und bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Und jetzt, ähm, wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Unboxing. Ich denke, dass ich versuche, das jetzt so Stück für Stück jeden Tag. Vielleicht kommen auch zwei, ähm, Unboxing-Videos am Tag. Eins morgens, eins abends oder so. Ähm, aber, ähm, mir geht es dann auch besser, wenn ich darüber ein Video drehe, weil ich weiß, dass die Menschen, die mir was geschenkt haben, sich mega freuen würden über so ein Video. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, bedanke ich mich für eure Zeit. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.